Die Dentaltechnik verlangt sowohl fachspezifisches Wissen und Präzision, als auch die individuelle Aufmerksamkeit gegenüber den Patienten bzw. Kunden. Die Zahntechnik Weinberger GmbH aus Salzburg kann mit jenem Know-how und jener Sensibilität aufwarten, die notwendig ist, um die Gesundheit und das Wohlbefinden bei Zahnersätzen zu garantieren. Die fachlich versierten Mitarbeiter haben sich speziell auf die Herstellung verschiedener Zahnersätze aus Vollkeramik und Titan spezialisiert. Natürliches Weiß und das Ausbleiben allergischer Reaktionen sind nur zwei der zahlreichen Vorteile von vollkeramischen Zahnersätzen. Die Verwendung hochwertiger Materialien und modernste Fertigungstechniken sind Qualitätsmerkmale, die das Zahnlabor auszeichnen. Eine individuelle bzw. perfekte Passform sowie Haltbarkeit und Funktionalität werden somit garantiert. Die Klienten können zu Recht hohe Erwartungen in die Arbeit des Zahnlabors setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bio-zahn.at